Moin Leute! Herzlich Willkommen hier zurück auf kleines Land von Kolle, den super Mapper. Ja, wir müssen jetzt mal Hofdach einlegen. Wir müssen Tiere versorgen. Und einstreuen und genau das. Muss auch mal sein. Haben wir überhaupt noch Stroh hier? Ich weiß gar nicht, ob wir noch Stroh haben. Wenn nicht, müssen wir noch Stroh kaufen. Doch, wir haben... Ne, das ist Deko. Wir müssen ja echt noch Stroh kaufen. Schicka rum. Hab ich echt nix mehr da? Ne, da müssen wir erst noch Stroh kaufen fahren. Jetzt nix, Leute. So, dann abfort. Oh, wir können eben schon mal füttern. Müssen hier rein. Echt? Ich hab keinen Strom enthoben? Pasch auf mein Haupt, ey. Ja, hab ich ja gerade gesagt. Kein Stromedor. Ne. Und dann gehe ich auf den nächsten Ingame-Tag, ne? Weil ich wollte noch Wiese mähen. Damit wir das andere auch noch ansehen können. Und so können wir dann schon mal auf den nächsten Ingame-Tag gehen, ne? So, komm auch mal rein. Die Zeit können wir nämlich schon mal Wasser gehen. Ja! Feuer gleich Stroh. So, der muss auch noch voll machen. Abfort. Müssen wir ihn noch volle machen. Kommen wir da so rum? Oh, müsste gehen, ne? Nur ein bisschen über den Bordstein geruppelt. Äh, wo steht mein Silo? Dafür haben wir Ex-One Silo hier. Dass wir die Futtermittel auch zu kaufen können. Jetzt am Anfang, ne? Bis das alles vernünftig läuft. Musst du halt mal zukaufen, ne? So. Ja. Ne, Mischration wollen wir. Ich glaube, du bist fertig, ne? So, abfort. Eben Dre Jelinski machen und dann geht's weiter in Text hier. Damit wir echt vorankommen. Stroh kaufen, ja. Aber da müssen wir erst noch ein paar Maschinen wegfahren, ne? Da müssen wir da auch Platz haben. Da muss ich Heu auch mitbringen für die, äh, Schafe, ne? Ja, oder, äh, ich glaube, wir müssen diesen Ingame-Tag noch ein bisschen wat mähen. Dass ich wirklich aufwarten in die Heu-Trocknung kriege. Kann ich immer alles kaufen, ne? So. Oder geht eine Menge Rinder, ne? Im... Ne, 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 nicht die... Oder, oder? Ne, wir müssen jetzt ein paar Maschinen vom Händler abholen. Damit wir da Platz haben. Sonst geht das nicht. So, ich hab hier mal so ein bisschen mit der Alt-F3-Taste rumgespielt, ne? Müsste eigentlich ganz gut sein, fände ich so. Es gibt ja jetzt heutzutage alles, ne? Schon krass, was alles heutzutage geht und was alle gibt. Ja, gedrillt ist jetzt alles. Hier müssen wir noch düngen. Oh, da warten wir noch, bis was aufgelaufen ist, ne? Und meinen Ladewagen, den brauche ich. Wo stellen wir den denn hin? Dass der ja auch am besten direkt im Weg steht, ne? Uuuuh. Sportlich. Hier müssen auch noch gefüttert werden, ne? Endlich könnten wir... Ne, den brauchen wir ja. Äh, kann ich nicht benutzen. Das ist ein echtes Mähen. Ich hab aufgepasst. Herrlich, ne? Der IAC-Sound, ne? Ist doch immer wieder cool. Muss ich ja ganz ehrlich sagen, ne? Hab selbst ich noch Spaß in den Bocken. Macht richtig Laune, ne? Das läuft. Maschine die auch mal weggeholt, ne? Oh Mann, ey. Wenn wir Stroh und Heu kaufen müssen, dann sieht's auch gut aus. Dann sieht's richtig gut aus. Im Portemonnaie. Nicht. Ne, da komm ich, glaube ich, nie hin mit dem Schlepper, ne? In einem anderen IAC eben nachher, ne? Guck ich ja nie wieder raus. Aber ich brauch jetzt erst mal ein Bildchen, ne? Ohne ein Bildchen läuft. Ich brauch auch nix. Na, Mama? Ne, wir müssen rückwärts hochschieben. Das nützt nix. Da hab ich nicht so schön hin platziert, ne? Man kann's auch nicht alles raum entleben, ne? Vor allen Dingen sehe ich so viel. Wo ist der Baum? Da. Fahre ich nämlich genau vor. Fahre ich nicht. Fahre ich nicht. Fahre ich nicht. Keiner gesehen. Schick-Kram, ey. Die ist viel zu eng hier. Was ist ja so schön, ne? Was ist ja so schön, ne? Ja. Wir müssen doch da dran, ne? Wie soll ich denn da dran kommen? Ups. Ne, da brauchen wir den anderen IEC später für. Oh, er ist jetzt mal beiseite geräumt. Wir müssen den Wagen mitnehmen, Stroh und Heu kaufen. Ich vergesse es eh mehr wieder, ne? So, Opfer. Mann, 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 ey. Packen wir es. Was die Möhre hier gibt. Ne, das geht ja jetzt wieder voll in die Kohle. So, Stroh und Heu, ne? Habe ich gesagt, Stroh und Heu brauchen wir. Da brauchen wir auch noch, nehmen wir jetzt mal zwei mit. So, eben das Gemüse aufladen, ne? Ne, wir müssen aufs frisch gesäte Fond, weil ich nicht aufgepasst habe, ne? Ach, nicht so schlimm. Es gibt so Tage, ne? Ne, das klappt halt nicht. Ich weiß auch nicht warum. Geht's aber. Den noch mitnehmen? Wird wir den noch drauf kriegen, ne, liebe Leute? Bist du nun mal den Frontlader an den 1455 machen, weil der den Reserver drauf hat, ne? Aber ich habe mich dafür entschieden, dass das der Frontlader-Schlepper ist, also muss ich da jetzt mit leben, ne? Schöner ist das, wenn du hier auf den Reserver drücken kannst, anstatt hier rumzuschalten, die Gruppen, ne? Aber egal. Muss man jetzt durch. Hätte man sich auch vorher überlegen können, sagt man so schön. Aber ich drück da jedes Mal ausgewohne... Was ist denn hier los? Hä? Hä? Veräpplung pur. Nö, ist ja nicht Veräpplung. Ist sich ein bisschen schwer. müssen wir die einzelnen habe ich ja jetzt nicht mit gerechnet doch habe ich nicht mit gerechnet so 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 ohne worte ohne worte das sind so tage da sollte es nicht wollen starten oder irgendwas machen das ist ganz normal so liebe leute ich sag jetzt aber erstmal danke fürs zugucken bis hierher wenn es euch gefallen hat würde ich mich echt über ein däumchen freue mich ganz ehrlich wenn es euch gefallen hat hier auf diesen kurskanal und ihr wollt nichts mehr verpassen dann würde ich mich echt über ein abo freuen und dann würde ich sagen sehen uns beim nächsten mal wieder tschüss